In einem meiner letzten Videos habe ich euch ja eine Tour durch meinen Kleiderschrank hier gegeben und habe über das Thema Minimalismus gesprochen. Und einige von euch haben sich gewünscht, dass ich das auch mache zu den Themen Schuhe, Accessoires und Schmuck. Und weil ich die ohnehin mal wieder aussortieren sollte, dachte ich mir, ich nehme euch da heute einfach mal mit und zeige euch, welche Sachen ich sehr regelmäßig trage, was eher nicht so, was gut für mich funktioniert und was nicht. Bevor ich gleich mit den Schuhen beginne, kommen wir erstmal noch kurz zu Tweedem. Sie unterstützen nämlich das heutige Video und ich kann mir vorstellen, dass das für einige von euch ganz interessant ist, die gerade noch auf der Suche sind nach Last-Minute-Weihnachtsgeschenken. Tweedem ist ein Social Business und sie haben sich darauf spezialisiert, Bäume zu pflanzen in sozial, wirtschaftlich und ökologisch benachteiligten Regionen der Welt. Das Ganze funktioniert so, dass ihr bei Tweedem einen Baum kaufen könnt und der wird dann von einem Kleinbauern und seiner Familie in einem der Projekte von Tweedem gepflanzt. Euer Baum wird dabei geolokalisiert und ihr könnt ihm dann online folgen. Es gibt ein Baumtagebuch und da bekommt ihr regelmäßig Updates zu dem Projekt, in dem der Baum gepflanzt wurde. Welche Baumarten das sind, das hängt vom natürlichen Umfeld in der jeweiligen Region ab. Das heißt, das können zum Beispiel Avocados sein, Zitronen, Kakao, Wasserbirnen und so weiter. Und diese Bäume geben den Menschen dann eben einerseits eine zusätzliche Einkommensquelle und andererseits auch Nahrungsmittelsicherheit. Außerdem hilft das Pflanzen von Bäumen dabei, Bodenerosionen und das Ausbreiten von Wüsten zu bekämpfen und es ist natürlich auch so, dass die Bäume CO2 speichern. Ich persönlich halte das wirklich für ein sehr sinnvolles Projekt und für den Fall, dass ihr gerne Bäume kaufen und vielleicht auch zu Weihnachten verschenken möchtet, dann bekommt ihr bis zum 31.12.15% Rabatt auf alle Bäume bei Tweedem mit dem Code LisaSophie und alle Infos findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zurück zum Thema Minimalismus und da natürlich wie immer am Anfang der kleine Disclaimer, Minimalismus bedeutet nicht, möglichst wenig Dinge zu besitzen, sondern es bedeutet bewussten Konsum und die Dinge, die man hat, wirklich zu benutzen und oder Freude daran zu haben. Beginnen wir mal mit den Schuhen und da werdet ihr direkt sehen, dass sich zumindest teilweise wieder das Prinzip aus meinem Kleiderschrank durchzieht. Ich habe hier nämlich zweimal das gleiche Paar weiße Sneakers von Veja. Die sind vegan und werden verproduziert. Ich trage die fast das ganze Jahr lang in fast allen Lebenssituationen und genau deswegen habe ich zwei Paar davon. Erstens für den Fall, dass mal ein Paar kaputt geht, aber auch damit ich einfach so ein bisschen hin und her wechseln kann und die nicht so schnell muffig werden. Die werde ich also natürlich behalten und genau dasselbe gilt auch für meine Docs. Die sind ebenfalls vegan und die sind vor allem in diesem Jahr jetzt sehr, sehr viel im Einsatz bei mir. Ich habe die lange wirklich nur so als Übergangsschuh getragen, irgendwie im Frühling und im Herbst und war mir nicht ganz sicher, ob die wirklich wintertauglich sind. Aber dieses Jahr mit dicken Socken drin, muss ich sagen, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und das, obwohl die jetzt nicht gefüttert sind. Davor habe ich im Winter jahrelang diese Stiefel hier getragen. Die sind von Rika und die sind vegan. Also tatsächlich ist es bei Rika so, dass die mehrere Modelle haben, die vegan sind. Also nicht alles bei denen. Deswegen, ihr müsst mal reingucken, falls ihr die Marke interessant findet. Das Schöne daran finde ich, dass es die wirklich in den meisten regulären Schuhgeschäften gibt und dass man die eben nicht online bestellen muss. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, es ist schon seit längerer Zeit so, dass das jetzt nicht mehr so ganz mein Stil ist. Ich habe mir die immer so ein bisschen schön geredet und dachte mir, okay, sie gehen ja noch, sie sind ja irgendwie noch gut außen. Jetzt inzwischen sehe ich aber, okay, hier sind einige Schrammen dran und vor allem drinnen sind relativ große Löcher im Futter. Die sind richtig durchgelatscht hier unten und die Löcher sind halt auch an der Ferse. Das heißt, es tut beim Laufen inzwischen auch ein bisschen weh. Sie sind in keinem Zustand mehr, wo man die verkaufen könnte und deswegen dürfen die jetzt gehen. Apropos Schönreden, das gilt auch für die nächsten beiden Schuhpaare. Da haben wir einmal diese Schuhe hier. Die sind von der Marke Ahimsa, vegan und fair produziert und ich habe mir die gekauft für festliche Anlässe. Für Hochzeiten, runde Geburtstage, Familienfeiern und so weiter. Und da hatte ich die in den letzten Jahren auch mehrfach an. Das Problem damit ist einfach, dass, egal wie oft ich die trage, sich die einfach nicht einlaufen. Die sind steif wie ein Brett, da bewegt sich gar nichts und vor allem hier hinten an der Ferse tun die einfach richtig weh. Und dann haben wir noch dieses paar Sandalen hier. Das ist von der Marke Gabor und es ist weder vegan noch fair produziert. Ich habe die nämlich vor so ungefähr zehn Jahren gekauft und damals habe ich eben noch nicht auf diese Dinge geachtet. Und es war aber damals auch schon so, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, das mit den Steinchen hier oben drauf ist jetzt nicht so hundertprozentig mein Stil. Ich habe sie aber trotzdem genommen, einfach weil ich keine Alternative hatte. Das Problem ist nämlich, dass meine Füße unterschiedlich groß sind. Das heißt, eigentlich bräuchte ich eine andere Schuhgröße für beide und weil es natürlich keine Option ist, irgendwie dann die Schuhe in zwei Größen zu kaufen, was macht man mit den übrigen Schuhen, wie findet man eine Person, die die Füße andersrum hat, keine Ahnung, habe ich dann einfach die Schuhe gekauft in der größeren Größe, damit es dem einen Fuß eben gut passt. Und das Problem bei so offenen Schuhen ist dann natürlich, dass der andere Fuß rausrutscht. Das heißt, für Sandalen und sowas habe ich immer irgendwas mit solchen Riemen hier gebraucht, damit der Fuß irgendwie stabil hält. Ach ja, und Problem Nummer zwei ist, dass ich bei allen Schuhen, die mehr als diesen Absatz hier haben, einfach sofort umknicke. Ja, dadurch ist die Auswahl natürlich riesig. Am liebsten würde ich tatsächlich beide Paare aussortieren. Das Problem ist halt nur einfach, dass ich dann irgendeine Alternative dafür bräuchte, einfach weil die Leute um mich rum anfangen zu heiraten und es gibt auch andere Situationen, wo ich einfach keine Sneakers oder Docs anziehen kann und deswegen irgendwas bräuchte ich. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt die mir sehr, sehr gerne. Ein kleiner Zwischenschub an dieser Stelle. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr das Video unterstützt, mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar. Dann kommen wir zu meinen Wanderschuhen. Die habe ich von meiner Familie geschenkt bekommen. Sie sind, glaube ich, leider nicht ganz vegan, aber ich bin sehr zufrieden mit denen. Ich laufe sehr, sehr gut in denen und deswegen bleiben die natürlich da. Und damit kommen wir zu der einzigen Situation im Sommer, in der ich mal nicht meine weißen Sneakers trage. Und zwar ist das, wenn es draußen 30 Grad hat. Dann kommen meine veganen Birkis zum Einsatz. Natürlich hat die Öko-Tante vegane Birkis. Wie könnte es anders sein? Meine Mama schimpft mich immer, wenn sie die sieht, weil sie sagt, die sehen einfach aus wie Hausschlappen, womit sie natürlich absolut recht hat. Aber ich sage dann immer, dass in Berlin alle Leute damit rumlaufen. Und das ist jetzt ja auch nicht gelogen. Die sind super bequem. Ich liebe die. Die bleiben auf jeden Fall bei mir. Und damit sind wir tatsächlich durch mit den Schuhen und können weitermachen bei den Accessoires. Also Mützen, Schals, Handschuhe, Crunchies und so weiter. Mützen habe ich drei. Und an der Stelle hätte ich euch jetzt sehr, sehr gerne meine schwarze Lieblingsmütze gezeigt. Es ist eine Beanie. Ich habe die momentan so gut wie jeden Tag an. Und aus irgendeinem Grund habe ich es genau gestern geschafft, die zu verlieren. Ich hoffe sehr, dass ich sie wiederfinde. Vor allem auch aus dem Grund, dass die nicht nur gut sitzt, sondern auch nicht juckt. Und das ist das Problem mit dieser hier. Die ist von Organic Basics. Eigentlich liebe ich sie sehr. Sie hat einen schönen Schnitt. Ich mag die Farbe total gerne. Aber sie juckt so ein kleines bisschen. Und das ist genug, dass es mich unfassbar nervt. Deswegen würde ich die eigentlich gerne weitergeben. Das Problem ist aber, dass ich da vor kurzem Mate drüber geschüttet habe. Und deswegen sind hier oben auch nach mehrmaligem Waschen noch Flecken drauf. Für den Fall, dass ihr Tipps habt, wie man das rausbekommt. Das hier ist recycelte Wolle. Also vielleicht auch nicht so das unempfindlichste Material. Dann schreibt mir das gerne. Weil ich würde ihr sehr, sehr gerne ein neues Zuhause geben. Und dann gibt es noch diese Bommelmütze hier. Die ist uralt. Ich weiß nicht, wie lange ich die schon habe. Es ist kein Etikett drin. Und da ist eben leider dasselbe Problem, dass die so ein kleines bisschen juckt. Und ich das einfach sehr, sehr ablenkend und sehr, sehr nervig finde. Deswegen würde ich die auch gerne weitergeben. Und ich denke, das mache ich für den Fall, dass ich die andere Mütze wiederfinde. Oder ich wechsle so lange einfach zu Stirnbändern. Da habe ich diese beiden hier von Fran Ban in Braun und in Rot. Die wurden fair produziert. Und die mag ich sehr, sehr gerne. Die sind nicht ganz so dick. Deswegen trage ich die auch gerne mal in der Wohnung. Einfach, weil ich das Gefühl auf den Ohren sehr gerne mag. Und dann gibt es noch dieses lila Stirnband hier. Vielleicht könnt ihr euch da noch daran erinnern. Das habe ich selbst gestrickt in dem 7 Tage 7 Hobbys ausprobieren Video. Deswegen hängt da natürlich mein Herz dran. Ich möchte das auch gerne tragen. Bis jetzt ist es aber in der Schublade immer so ein bisschen nach hinten gerutscht. Es ist zu warm, um es drinnen zu tragen. Aber vielleicht ist das jetzt ja auch die Situation für dich und mich. Jetzt, wo die Mütze verloren gegangen ist, dass ich dich jetzt einfach draußen trage. Ich glaube, es passt farblich nicht so ganz zu meiner Winterjacke. Aber vielleicht ist uns das auch egal. Was ich bei den Temperaturen gerade natürlich auch sehr viel trage, sind Schals. Da habe ich vier Stück. Einmal einen in schwarz, einen in grau, einen in bordeauxrot und dann diesen hier in verschiedenen grau, braun, orange und rosa Tönen. Wenn man da jetzt wirklich ganz pragmatisch drauf guckt, könnte man sagen, ey, eigentlich reicht ja hier der schwarze Schal. Der passt nämlich zu all meinen Jacken und ich trage ja eh immer nur eine Jacke gleichzeitig. Also wäre das absolut okay. Hier ist das aber einfach so ein Fall von die anderen drei geben mir Freude. Ich habe die anderen drei schon seit diversen Jahren. Ich trage die regelmäßig, also sehe ich da jetzt keinen Grund, die auszusortieren. Obwohl theoretisch eben einer reichen würde. Handschuhe habe ich in schwarz und in grau. Die sind beide noch gut. Die bleiben auf jeden Fall. Für den Sommer habe ich dann eine Cap. Ja, ich weiß, schwarz war da jetzt nicht unbedingt die klügste Farbwahl. Aber sie passt zu allem. Und bis jetzt hat sie mir noch nicht die Birne weggebrannt. Also deswegen darf sie bleiben. Hier hinten habe ich dann noch einen Strohhut. Den mag vor allem meine Haut sehr gerne. Die einfach nach fünf Sekunden an der Sonne direkt knallrot wird. Und deswegen bleibt der allein schon aus praktischen Gründen. Weiter geht's mit meinen Haaraccessoires. Da besitze ich sechs Scrunchies. Unter anderem diese beiden hier. Das hier ist das, was ich über Nacht benutze, um meine Palme hier oben zu machen. Das ist aus Baumwolle. Das ist irgendwie sehr angenehm, weil der Gummi auch nicht zu eng ist. Und deswegen, ja, wache ich dann eben morgens nicht mit Kopfschmerzen auf. Und dann habe ich das hier. Das habe ich mal in so einem kleinen Laden in Amsterdam gekauft. Da ist also auch eine schöne Reiseerinnerung mit verbunden. Und das trage ich gerne vor allem so im Frühling und Sommer. Und dann gibt es noch diese vier hier. Die gab es in einem Set bei Etsy. Und das ist quasi so die Herbst- und Wintervariante. Denn die sind aus so einem Samtstoff. Und da haben wir auch schon so ein bisschen das Problem, weil nämlich die Haare da sehr, sehr gerne drinne hängen bleiben. Für tagsüber ist es aber okay. Darauf schlafen würde ich jetzt nicht unbedingt. Beziehungsweise ich habe es mal probiert und dann sehr, sehr lange morgens rumgefuchtelt, bis ich das wieder raus hatte. Rot und Braun trage ich sehr, sehr oft. Die beiden eher nicht. Deswegen, ja, würde ich sagen, ich verschenke die. Dann habe ich noch dieses Tuch hier gefunden. Das habe ich vor einigen Jahren mal geschenkt bekommen und habe das auch eine Zeit lang so um den Kopf getragen. Ich habe mal auf Instagram nachgeguckt. Das ist jetzt inzwischen drei Jahre her. Seitdem habe ich das nicht mehr getragen. Und da frage ich mich, ob ich das auch einfach nur präsenter hinlegen müsste oder ob das inzwischen einfach nicht mehr so mein Ding ist und ob ich das vielleicht stattdessen so als Geschenkverpackung benutze. Ich glaube, das wäre auch eine ganz gute Idee. Eine Sonnenbrille habe ich dann noch mit ziemlich verkratzten Gläsern inzwischen. Ich glaube, da werde ich mir nächstes Jahr mal eine neue kaufen. Auch allein schon deswegen, weil das hier Gläser ohne Stärke sind. Und ich glaube, ich könnte eine mit schon ganz gut gebrauchen. Und damit geht es weiter zum Schmuck. Der ist in diesem Holzkästchen hier drin. Bevor wir uns das aber näher angucken, gehen wir erst mal zu dem Schmuck, den ich gerade trage. Bevor ich dieses Set aus den beiden Ketten und den Ohrringen gekauft habe, hatte ich immer nur Modeschmuck. Ich wollte aber gerne mal so ein zusammenpassendes Set haben, das wirklich lange hält, das eine gute Qualität hat. Und das ist von Bruna The Label. Die arbeiten mit zu 100% recycelten Silber und Gold. Das ist selbst gekauft, genau wie die anderen Sachen auch. Das habe ich jetzt so ungefähr seit einem halben, dreiviertel Jahr. Und seitdem trage ich das fast täglich. Also ich würde sagen, das war wirklich ein sinnvoller Kauf. Dann gibt es in der Holzbox noch drei weitere Ketten. Das ist einmal diese hier mit einem Ring unten dran. Der gehört meiner Mama und die trage ich quasi am zweithäufigsten. Also immer wenn ich die hier nicht trage, dann trage ich die andere. Als nächstes haben wir hier so eine zweireihige Kette, bei der ich wirklich wünschte, ich hätte die in guter Qualität. Die ist nämlich von H&M. Sie ist alt und dementsprechend blättert hier auch alles ab, was abblättern kann. Und deswegen verabschieden wir uns heute voneinander. Und dann habe ich noch diese Kette hier. Die kam im Set zusammen mit diesen Ohrringen. Die Ohrringe mag ich sehr, sehr gerne. Trage ich sehr regelmäßig. Aber das Ding mit dieser Kette hier ist, ich finde die auch schön. Manchmal nervt sie mich aber so ein bisschen, weil man bei diesen einzelnen Kettengliedern hier wirklich genau gucken muss, dass die richtig rum auf der Haut liegen. Manchmal piksen die so ein bisschen. Aber ja, zusammen sieht es schön aus. Deswegen glaube ich, die bleibt schon trotzdem hier. Was auf jeden Fall auch bleibt, sind meine Blümchenohrringe. Die habe ich von Etsy und die werde ich auf jeden Fall im Frühling und im Sommer wieder regelmäßig tragen. Diese asymmetrischen Ohrringe hier habe ich auch schon viele Jahre. Die waren damals von Mango. Und da ist es tatsächlich so, dass die goldene Farbe noch drauf ist. Deswegen würde ich die behalten. Die trage ich auch weiterhin sehr gerne. Die nächsten beiden Ohrringpaare sind tatsächlich selbst gebastelt. Ich war vor kurzem bei einem Fimo Workshop und habe da diese kleinen Wölkchen hier gemacht. Die mag ich gerne. Die bleiben. Was ebenfalls bei diesem Workshop entstanden ist, sind diese Blattohrringe hier. Da überlege ich momentan noch, ob ich die einzeln tragen möchte oder mit dieser weißen Platte dahinter. Es gibt auch noch eine zweite Variante von dieser Platte mit so Goldstückchen drauf. Da glaube ich aber, dass es so ein bisschen zu viel Gold ist, dass da vielleicht das Blatt dann drüber untergeht. Da könnt ihr mir gerne mal sagen, was euch am besten gefällt. Wovon ich mich heute aber schweren Herzens verabschieden werde, sind diese beiden Ohrringpaare hier. Die hatte ich in den letzten Jahren so, so oft an. Das waren einfach immer so meine Standardohrringe. Das sieht man denen aber leider auch an. Das ist eben auch Modeschmuck. Und auch da plättert das Gold einfach ab. Die hier hatte ich sogar noch mal nachgekauft, weil ich die so gerne mochte. Aber auch die sehen jetzt einfach nach nichts mehr aus. Und deswegen kommt ihr leider weg. Und ein letztes Paar ist gestern tatsächlich noch dazu gekommen. Das sind diese Ohrringe hier. Die habe ich auf einem Markt gekauft. Das sind diese kleinen Gesichter hier und die gefallen mir sehr, sehr gut. Wenn ihr mögt, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch so aussieht mit Schuhen, Schmuck und Accessoires. Und ansonsten kommt ihr hier drüben noch zum Kleiderschrank-Video. Vergesst das Abo und die Glocke nicht. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!